Ja moin, willkommen im Buschcraft Camp. Ich lege jetzt gleich los. Vorne noch die üblichen Phrasen. Links findest du unten. Abonnieren nicht vergessen. Blablabla. Das sollte eigentlich alles sein. Ne, warte, ich muss noch mit dramatischer Musik irgendwas einblenden. Das Ding wehrt sich. Summys. Der Baum hier hinter mir, der soll fallen. Da haben wir ein anderes Problem als bei dem Baum eben gerade. Der ist natürlich wieder tot. Der ist sehr verkeilt in anderen Ästen. Das heißt, ich werde hier unten erstmal die Äste vom gesunden Baum entfernen, weil die sowieso auch ins Camp reinragen würden. Natürlich so, dass der Baum nicht verletzt wird, zumindest nicht dauerhaft. Und ich werde dann sehr aufpassen müssen, weil ich zeige euch das gleich. Oben in der Krone ist der noch mehr verhakt. Und bei sowas muss man nochmal speziell doppelt und dreifach einfach aufpassen. Ihr seht das da oben. Der ist überall angelehnt. Allerdings, und das muss man sagen, ist der auch nur an kleinere Äste angelehnt. Das heißt, ja. Und der ist nicht so dick. Das heißt, wahrscheinlich wird es reichen, ihn anzusägen und dann umzuschubsen mit Kraft. Ähm, wir gucken mal. Ich überlege jetzt gerade noch, in welche Richtung ich ihn fallen lasse. Wir werden den Baum nicht in die Richtung fallen lassen, in die er sich sowieso schon gerade neigt, sondern so leicht nach da abfallen lassen. Dort kann er nämlich, wo ich jetzt hier direkt stehe, perfekt durch die Baumkronen durchrascheln sozusagen. Ja, weil er hat jetzt hier sozusagen so im Weg auf beiden Seiten. Das heißt, die können sich den so gegenseitig in die Mitte reindrücken, wenn der runterfällt. Ähm, und ich werde trotzdem wieder mit einer Kante und so ansetzen. Das ist mir sonst einfach ein bisschen zu unsicher. Das Ding wehrt sich, und zwar ordentlich, ja. Mir ist von meiner Tajima Klappsäge hier das Sägeblatt abgebrochen, kann man sagen. Ähm, das ist in Ordnung, weil ich habe das Ding zwei Jahre mittlerweile in Benutzung. Und eigentlich sind solche Klappsägen ja auch gar nicht so sehr für solche Bäume ausgelegt. Das heißt, ja, das ist kein Problem, würde ich sagen. Und so ein Sägeblatt zum Nachbestellen bei Tajima kostet, glaube ich, 8 Euro. Lass es 9 Euro sein. Da werde ich mir demnächst ein neues besorgen. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall weiter, wie ihr gerade auch schon gesehen habt. Mit dem Hultaforce Beil. Und ich gehe da sehr, sehr vorsichtig vor. Weil, wie gesagt, da geht eine ziemliche Gefahr von aus, wenn die sich so verheddern, dann können die zurückfallen in die falsche Richtung und so weiter. Aber der braucht auch ganz schön lange, um überhaupt umzufallen. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Baum fällt! Oder Baum fällt auch nicht, weil er sich, wie ich befürchtet habe, verhakt hat. Ich muss erst mal durchschnaufen. So, ich werde jetzt versuchen, ihn da rauszudrehen. Und zwar so, dass er sich nicht weiter verhakt und da rauskommt. Wie gesagt, unten ist der Stamm erst mal schon mal abgetrennt. Aber wir müssen ihn da jetzt einmal ordentlich rausdrehen. Tja, Leute, ich bin ein bisschen überfragt. Ich wüsste zwar, wie ich das machen müsste. Dafür habe ich aber nicht das Werkzeug da, um den runterzukriegen. Ich denke mal kurz eine Pause ein und vielleicht kommt mir ja irgendeine leuchtende Idee. So wie es aussieht, muss ich mir was überlegen. Vielleicht auch mit anderem Werkzeug, wie ich diesen Baum da wegbekomme. Im Moment kriege ich es erstmal auf jeden Fall nicht hin. Das heißt, ich räume jetzt erstmal den ganzen Platz frei. von allen Ästen und so weiter. Und fange an, da ein bisschen umzugraben. Das heißt, ich will ja, dass das nicht so abschüssig ist. Das zeige ich euch aber gleich noch in der Nahansicht. Dass man da entspannt sich hinflitzen kann mit seinem Biwaksack und ähnlichen. Seht ihr ihn, den umgefallenen Baum? Ich habe es leider nicht auf Kamera gekriegt. Aber Marc ist zur eilenden Rettung, zur rettenden Eile gekommen. Wir haben es zusammen geschafft, den Baum da jetzt doch noch umzuwerfen. Und wie gesagt, ich würde sagen, da mache ich mal weiter und räume hier den ganzen Platz frei. Damit man hier mal vernünftig arbeiten kann. Go, what's up? Untertitelung. BR 2018 So, Jungs und Mädels. Wer arbeiten kann, der kann auch essen. In dem Sinne, Mahlzeit. Alles voller Schatten. Wir sind ja hier auch nicht indoor bei den coolsten Aufnahmewinkeln, die man haben kann. Ich glaube, das wollen die Leute auch gar nicht so richtig. Man hat ja gerade dieses leicht unprofessionelle Gefühl auf YouTube. Gerade mit Outdoor und so. Finden die Leute das, glaube ich, besser. Hast du nicht letztes Mal gemeckert, dass ich mein Feuer ohne Feuerstahl angemacht habe? Ja, ich glaube, bei dem einen Feuerarten-Video. Ach so. Und natürlich, wie du jedes von dem Feuer anmachst. Weil das ist ja das, was wir sehen wollen. Ja, komm, nächstes Wochenende noch ein Video. Hast du mal ein Schwedenfeuer gemacht? Ja, eins meiner allerersten Videos tatsächlich. Ah. Ist ja allerdings nicht besonders gut geworden. Also, das Schwedenfeuer und das Video. Aber klar, Schwedenfeuer hätte ich auch mal wieder Bock. Das ist aber weniger Outdoor-Basics, als ja schon Outdoor-Für-Fortgeschrittene. Ja, ja. Da meckern die Leute auch manchmal, wenn ich so ganz elementare Sachen zeige. So, das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, du hast das schon mal gesehen. Das ist mir schon klar, dass du das schon mal gesehen hast. Ja, vor allen Dingen, es kommen halt Leute nach. Ständig. In das Hobby. So. Ich habe auch letztens bei einem gelesen, den habe ich auch eins seiner Eltern. Oh. Ja, der ist so durstig. Ich guck ihn dir an. Sein Napf zu Hause war voll. Der Hund ist halt ein Idiot. Der trinkt nicht vorher, sondern immer erst nachher. Sambice. So, gut gegessen. Mit Geheimzutat gestärkt. Geht es jetzt mit einem Klappspaten an die Arbeit, auf die ich am wenigsten Lust habe. Ihr seht übrigens, mittlerweile ist der kleine Sambice nachgekommen. Die Freundin sitzt auch da hinten faul in der Hängematte und lernt. Während ich hier arbeite. Vielleicht würde ich sagen, dann legen wir mal los, wenn ich das Ding hier zusammengeschraubt kriege. Da habe ich mir auch wieder was vorgenommen, ne? Ist das eine Scheißarbeit, Leute. Da habe ich mir auch wieder. schweißtreibend aber macht auch irgendwie spaß trotzdem habe ich langsam keinen bock mehr ihr seht aber hier wie sich das andeutet um mich rum in dem kleinen viereck überall im boden das muss komplett ausgehoben werden dass da sozusagen ist runter geht und da kommt das alles nach hier hinten damit man da eine mehr oder weniger gerade fläche hat ihr seht es mir noch gut am schwitzen ist schon ordentlich warm das auf jeden fall eine arbeit da ja da könnte man ein bisschen hilfe gebrauchen oder es macht sie irgendjemand anders auf jeden fall hammerhart